Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen somit zu einem neuen Gewinnspiel. Es kann nur eine Person dieses Gewinnspiel gewinnen. Zu gewinnen gibt es einmal eine 20 Euro PaySafe-Card. Dazu müsst ihr folgendes Rätsel lösen. Jessica ist im Dezember geboren. Sie hat aber im Sommer Geburtstag. Die Frage? Wie ist das möglich? Zu diesem Rätsel setze ich euch ein Bild als Tipp in die Beschreibung. Alle wichtigen Fragen und die dazugehörigen Antworten, die auftauchen könnten, sowie das Teilnahmeformular findet ihr auf meiner Homepage. Der Link dazu ist deutlich in der Beschreibung gekennzeichnet. Also, das war's. Viel Glück beim Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.